Na, die habe ich nämlich gefunden. Die verkaufen alles hier für TV-Studio und so. Auch gebrauchte Sachen. Wir brauchen hier einen Sani! Erster Abschuss bei Vietnam und direkt gestorben. Ja? Habt ihr es 16 gegen 16 oder ist da noch Platz? BD! BD! Österreich! Österreicher fragt! Österreicher fragt, ob noch ein Platz da ist. Ein Platz? Wir sind 12 gegen 12. Was? Ja, German Shurens, da geh ich mal rein. Da bist du drin, gut. Da muss warten, gut. Ja, Biddy, hast du gestern mal geguckt bei dem Spiel, wie heißt das Spiel, Homefront? Hast du mal geguckt? Äh, was geguckt? Mal nach dem Videotrailer, weil das so geil ist. Ach, da habe ich schon einige gesehen, ja. Homefront, das sieht immer richtig fett aus. Gefällt mir gut, auf jeden Fall. Richtig geil aus. Ich habe es mir vorgemerkt. Und vor allem wichtig, ja gut, ah, du hast von Vietnam ja keinen Tracer. Immer den Tracer tracern, anvisieren und die Rakete wegdrehen. Und dann macht er so einen schönen Bogen und dann kriegt er schön den Panzer von oben. Total geil. Glück aus, dass sie mit zwei Schüssen weg sind. Ja, die Playstation 3 Spieler kriegen es erst morgen, oder? Ja? Ja, die Playstation 3 Spieler haben die Loserkarte bei dem Vietnam Headdown. Die Xbox-Spieler, die haben es heute, die PC-Spieler auch regulär heute. Und die Playstation erst morgen. Oh, scheiße. Warum dann? Mach ich gleich auch nochmal. Den habe ich mitgenommen. Oh, jetzt bin ich drin. Was bist du denn für eine Armee? US oder, äh, Vietnam? Äh, ich bin tot, äh. Ich bin, äh, Armies. Ja, ich auch. Korrekt. Kommst du gleich in mein Squad. USA. Jawoll. Wir sind ja schon in einem Squad. Piddy, wo bist du? Piddy, wo bist du? Ah, geil. So ein Platz hier. Zack. Wo bist du denn, Piddychen? Piddy! Jetzt bin ich wieder im Spiel. Oh. Oh, wo kam der denn auf einmal her? Piddy! Wop! Wop! Piddy, ich such dich! Ich hasse Minimax, Mann! Ah, und wieder gegenseitig ausgeschaltet. Mein Gott, das war's hier jetzt mal auf All-and-One, hm? Äh, ich will auch. Geht noch nicht. Hh, hih, 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 hih. Masch, hih, hih, hih. Zeit für den Spiel ist, der Spiel ist. Ich hab's hier morgen wo, und dann kann ich mir ja noch Battlefield normal zocken. Ey, ich sag noch keine 23 Uhr. Ich versuch' gleich mein Glück. JAAAA! Platt gemacht. Hey! Wart auf dein Squad! ups! Naja, ich geh' morgen nochmal arbeiten, dann hab' ich Urlaub und dann denk' ich an den Pitti. So! aber es sagt ist wieder da wenn ich ihn ja wir haben den anderen in der vier rückwirkung ein bisschen gelungen es ist jetzt nicht aufgefallen der pt ist Böse, ich hab das Spiel und mir hat den Code nicht mitgebracht, die alte Nuss, Mann, Mann, Mann. Guten Morgen, wir... Bäh. Bäh. Aber eigentlich sind sie zu spät dafür. Für den guten Morgen. Du bist böse, du bist böse. Böse, du bist böse. Böse, du bist böse. Böse, 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 Böse. Heile mich. Vietnam, Vietnam, wir sind dabei. Wir spielen und Zeit muss warten. Das ist halt. Aber damit hätte ich jetzt auch nicht gerechnet Zeit. Ich hab echt gedacht, du... Wenn nicht das Spiel gleich bekommen sollst, dann töd ich dich. Sonst hätte ich mir das Auto und kommt vorbei und dann töd ich dich. Boah, schlimm. Granate, in Deckung! Scheiße, schon wieder gegenseitig ausgeschaltet. Bin ich bis gleich wieder rausgegangen. Hammer, ey. Oh, ich wurde reanimiert. Ja. Ich bin auf eure Seite, ihr Nullchecker. Granate, in Deckung! Das gefällt mir bis jetzt ganz gut. Das ist geil, ist das. Und richtig cool. Aber die Wett ist ja schon geil. Aber die Wett ist ja schon geil. Jetzt sei doch nicht so Zeit. Ja. Die sind alles am... Boah, die sind am Ersten oder am Zweiten. Ja. Das ist ja direkt auf die Hörner. Ja. Ja. Genau. Ich geb dir mal Munition. Ellen-Munitionen, ich geb dir mal einen Schutz. ... Auf die Rand. Hilfe, hier! Weiter rein, Stöckfrau's überrascht! Boah, das gibt's doch nicht! Ja gut, das ist noch neu. Panzer fahren, Panzer fahren, ja ich darf hier Panzer fahren. Ja? Oh, ich bin mal Schussflinde! Fang den Hack! Fang den Hack! Kriegst mich nicht, kriegst mich nicht! Bin schon da, bin schon da! Verlieben siehst du wieder äußerst gut aus! Hallo, ja, hallo junge Frau! Weil ich ein Mädchen bin! Oh, da wird geschossen! Oh, da liegt schon einer! Granate! Jaaaa! Pity, du blinkst! Blinkst? Komm her, hier kriegst du... Ja, hier komm, geh mal da auf diesen komischen Sack drauf! Bitte! Pity, ich glaub, du lebst noch, oder? Ja! Ja! Hast du da rumgemessert? Hast du da rumgemessert? Und sind wir jetzt die Vietnamesen? Jaaaa! Mit Schussflinde! Wir sind jetzt die... ...die Vietnamskis, ja? Wusste doch, ich hab da was gesehen! Da ist einer! Da ist einer! Ah, unten an! Ohhhh! Was ist das? Wir sind billiger als... ...